Hallo Leute, in meinem DeFi Tutorial und in meinem Livestream haben wir unter anderem immer wieder mit Goose Finance gearbeitet. Wir haben da einige kleinere Beträge investiert und schauen auch regelmäßig nach, wie sich die Investition entwickelt hat. Und in diesem Video möchte ich gerne Goose Finance einmal genau unter die Lupe nehmen und zwar herausfinden, wie funktioniert Goose Finance und was kann man erwarten an Erträgen. Goose Finance findet ihr unter GooseDeFi.com und das ist ein SushiSwap-Klon sowie auch PancakeSwap und hier kann man unter anderem Tokens gegeneinander traden. Hier auf der linken Seite sieht man die üblichen Elemente, aus denen diese SushiSwap-Klons bestehen. Zum Beispiel gibt es hier einmal eine Möglichkeit unter Trade eben den Exchange aufzurufen und Tokens untereinander zu traden. und dann haben wir hier die Möglichkeit unter Liquidity, Liquidität in die einzelnen Liquiditätspools bei Goose Finance einzuzahlen. Das bedeutet, wenn wir unsere Tokens hier zur Verfügung stellen, dann wird mit diesen Tokens dort gearbeitet und wir bekommen einen Reward. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr in meinem DeFi-Tutorial. Ich werde das hier rechts oben einblenden und dann könnt ihr da eben nachschauen, was das Ganze ist und wie es funktioniert. In diesem Video möchte ich eher ein bisschen mehr in die Theorie gehen und unter anderem genauer nachrechnen, was hier an Erträgen zu erwarten ist. Das heißt, die ganzen praktischen Dinge, wie mache ich einen Swap, wie zahle ich Liquidität ein, wie stake ich Tokens und so weiter, das erfahrt ihr in meinem DeFi-Tutorial. Und hier geht es weniger um die Praxis, hier geht es echt einfach nur darum nachzurechnen, was kommt da raus, wenn ich hier was rein tue. So, wir haben also hier zum einen die Möglichkeit zu traden und Liquidität bereitzustellen, wie bei jedem anderen Decentralized Exchange auch. Und dann gibt es hier die Farms und die Nester. Die Farms und die Nester, das sind letztendlich Staking-Pools. Das heißt, hier können wir unsere Tokens einlegen und bekommen dafür dann Rewards. Die Rewards bekommen wir in Form von Egg-Tokens. Egg ist der Token von Goose Finance. Und ein Egg, zum Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video mache, kostet 53,90 Dollar. Der Eckkurs, der schwankt zur Zeit zwischen 40 Dollar und 70 Dollar. Der war auch schon mal viel höher, er war auch schon mal viel niedriger. Zur Zeit hat sich das Ganze ganz gut eingependelt zwischen 40 und 70 Dollar. Das kann sich natürlich und das wird sich mit Sicherheit in Zukunft auch ändern. Hier haben wir also die Farms auf der linken Seite, kann man die auswählen. Und um hier einzuzahlen, brauche ich die Tokens, die hier stehen. Also das heißt hier Egg BUSD LP Tokens. Das sind Liquiditätstokens, die ich hier, wenn ich Liquidität bereitstelle, für dieses Token-Paar, die ich hier bekomme und wenn ich diese LP Tokens hier mir geholt habe, dann kann ich hier bei den Farms die einlegen, staken heißt das und dann bekomme ich Rewards in Form von Egg. Die Rewards, die wir bekommen, die stehen hier unter Earn. Das heißt unter Stake stehen die Tokens, die wir brauchen und unter Earn stehen die Tokens, die wir bekommen. Und es gibt hier bei den Farms eine ganze Reihe von Pools. Das sind alle Staking Pools, die mit Token-Paaren zu tun haben und unter Nests, die Nester, in den Nests kann man Einzeltoken staken. Das heißt hier braucht man keine LP Tokens, kein Token-Paar, sondern es reicht, wenn man zum Beispiel BUSD hier einlegt und es gibt verschiedene andere, WBNB, das ist also BNB letztendlich, USDT, Bitcoin, Ether, DAI, USDC, DOT und so weiter. Das sind also alles Einzeltokens. Das spart mir ein bisschen die Arbeit, die entsprechenden LP Tokens zu besorgen und ich kann also hier relativ simpel, wenn ich einen Token in meinem Wallet habe, den auch staken. Hier steht auch wieder unter Stake, was ich einlegen muss und bei Earn steht das, was ich bekomme und ich bekomme bei allen Pools Egg Tokens. Die Staking Pools sehen relativ ähnlich aus. Es gibt aber doch ein paar wichtige Unterschiede. Und zwar abgesehen davon, dass es die Farms und die Nests gibt, gibt es noch hier eine Deposit-Fee, die bei jedem Pool erhoben wird, wenn man dort etwas einzahlt. Das bedeutet, wenn ich bei diesem DAI-Pool hier 1000 DAI einlege, dann kommen in dem Pool nur 960 DAI an, weil 4% Deposit-Fee abgezogen wird. Und was mit der Deposit-Fee passiert, darüber sprechen wir gleich. Ich zeige jetzt nur noch mal die Unterschiede. Es gibt einige Pools, bei denen die Deposit-Fee 0% ist und es gibt sehr viele andere Pools, die haben eine Deposit-Fee von 4%. Das heißt, es ist tatsächlich bei manchen Pools günstiger einzulegen, dadurch, dass man weniger Deposit-Fee bezahlt. Und das ist bei den Farms genau dasselbe. Es gibt welche mit 0% Deposit-Fee und es gibt welche mit 4% Deposit-Fee. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man bedenken muss, wenn man hier investiert. Denn die Deposit-Fee, die schlägt je nach Summe, die man einzahlt, natürlich ganz schön zu Buche. Wenn man jetzt genauer hinschaut, dann sind die Pools, die keine Deposit-Fee haben, also Deposit-Fee 0%, immer die Pools, wo Egg-Tokens involviert sind. Das heißt also hier bei BNB, BUSD, ist kein Egg-Token involviert, 4% Fee. Egg-BNB 0%. Sieht man hier auch bei den Nests, der Egg-Pool, also wo ich nur Egg-Tokens einlege und dafür auch Egg-Tokens bekomme, keine Deposit-Fee. Alle anderen 4%. Das heißt, es ist günstiger, Egg einzulegen, als andere Tokens. Der andere Unterschied zwischen den Pools besteht in dem sogenannten Multiplier. Das ist die Zahl, die hier in diesem violetten Kästchen steht. 10x, 2x, 3x, 1x, 2x, 2x. Und dieser Multiplier, der gibt an, wie viele Rewards dieser Pool im Vergleich zu den anderen Pools bekommt. Das heißt, je höher der Multiplier, desto mehr Rewards kommen in dem jeweiligen Pool an. Und auch hier sieht man, dass die Pools, in denen Egg vorkommt, in der Tat deutlich mehr Rewards bekommen, als die Pools, bei denen Egg nicht vorkommt. Und anscheinend gibt es Pools, die von den Betreibern dieser Plattform bevorzugt werden und andere, die nicht so bevorzugt werden. Man muss auch klar sagen, wenn man sich das hier so anschaut, die LP-Pools stehen doch deutlich besser da als die Einzelpools. Denn hier sind 6x, 6x, 4x. Das Niedrigste, was es hier gibt, ist 2x. Und bei den Nestern gibt es 1x. Und das Beste ist, glaube ich, der Egg Pool mit 10x. 2x, 3x, ich gucke nochmal. 1, 2, genau. Also der Egg Pool ist hier bevorzugt unter den Nestern mit 10x. Aber die Farms bekommen mehr Rewards. 40x, 24x, 5x und so weiter. Schauen wir uns den Egg Token einmal genauer an. Und zwar ist der maximale Supply unbegrenzt. Das heißt, es können theoretisch beliebig viele Egg Tokens rauskommen. Und es kommt immer ein Egg Token pro Block raus. Das sind insgesamt 28.800 Egg Tokens pro Tag. Denn auf der Binance Smart Chain gibt es 28.800 Blöcke pro Tag. Das heißt, ein Egg pro Tag. 28.800 Blöcke ergibt 28.800 Egg Tokens pro Tag. Und davon gehen 9,09% an die Entwickler, also die Betreiber der Plattform. Und das ergibt dann 2.617,92 Egg pro Tag, die an die Entwickler gehen. Die werden dann für Partnerprogramme eingesetzt oder für die Entwickler selber. Was damit passiert, ist soweit erstmal nicht genauer spezifiziert in der Dokumentation. Die Zahlen habe ich aus der Dokumentation, die auf der Webseite zur Verfügung gestellt wird. Die findet man folgendermaßen. Auf der Webseite, hier auf der linken Seite, gibt es den Punkt Info und den Punkt More. Und unter More findet sich dann unter Docs die Dokumentation. Hier gibt es den Abschnitt Tokenomics. Und unter Tokenomics bei Golden Egg, da finden sich die Infos, die ich gerade auch gesagt habe. Ein Egg pro Block. 28.800 Egg pro Tag. 9,09% gehen an die Developers Address Address for further partnership and developer funds. Aktuell also zum Stand 18.03.2021 wurden bisher 1,2 Millionen Egg Tokens geschaffen und es wurden 197.000 Egg Tokens verbrannt. Der Kurs des Egg Tokens, der liegt bei 40 bis 70 US-Dollar. Der schwankt immer und hält sich aber mehr oder weniger stabil in diesem Bereich. So, Egg Tokens verbrannt, was bedeutet das? Das bedeutet, wir hatten ja auf den einzelnen Pools, bei den einzelnen Pools eine Deposit-Fee, eine Einzahlungsgebühr und die war 4%. Und das heißt, wenn ich in einen zum Beispiel BUSD Pool 1000 BUSD einzahle, dann kommen in dem Pool nur 960 BUSD an. 40 BUSD sind dann eben Einzahlungsgebühren und von diesen 40 BUSD, also von diesen 4% Deposit-Fee, werden 75% genutzt, um Egg Tokens auf dem Markt zu kaufen. Das heißt also, 40 BUSD würden in diesem Beispiel genommen und davon würden Egg Tokens auf dem Markt gekauft und die werden dann, die Egg Tokens werden dann an eine Spezialadresse gesendet und zwar ist das die Adresse 0x000000 und so weiter, D-E-A-D, also dead und das ist eine Spezialadresse, die quasi auf die keiner Zugriff hat. Die Tokens, die da landen, sind also im Grunde weg. Und dann bleiben noch 25% übrig und die gehen wieder an die Entwickler. Das bedeutet, dieser Burning Mechanismus, der hat eigentlich den Sinn, dass die Entwickler versuchen, den Kurs vom Egg Token einigermaßen stabil zu halten, denn wenn jeden Tag ein Egg pro Block, also 28.800 Eggs neu erschaffen werden, dann führt das natürlich logischerweise zu einer Art Inflation und um diese Inflation kontrollierbar zu machen, gibt es diesen Burning Mechanismus, zumindest nach dem Plan der Entwickler. Die Idee ist einfach, dass wenn von den Deposit-Fees Eggs, Egg Tokens auf dem Markt gekauft werden, dann entsteht ein Kaufdruck und durch den Kaufdruck müsste der Preis eigentlich daran, ich sag mal, gehindert werden, allzu tief zu fallen. Und natürlich ist das eine sehr diffizile Angelegenheit, denn es gibt ja Angebot und Nachfrage, es gibt eine gewisse Psychologie dabei und sicherlich wird hier an der Stelle noch mal ein bisschen geschraubt, denn das Ziel der Entwickler ist, wirklich diesen Kurs stabil zu halten, den Egg Token irgendwie werthaltig zu halten, damit das Ganze nachhaltig ist. Und da habe ich auch gesehen, dass jetzt in Zukunft, also zum Beispiel, ich glaube, das ist dann nächste Woche oder so, wird hier die Emissionsrate von Eggs etwas reduziert, dann sind es nicht mehr ein Egg pro Block, sondern 0,7 Egg pro Block und das wird entsprechend gelinglich mal angepasst. Wie können wir jetzt hier ein wenig Geld verdienen? Das geht über die Farms und über die Nester und wenn ich Tokens, die hier gelistet sind, in meinem Wallet habe, dann reicht es im Prinzip, diese Tokens hier einzulegen. Ich muss auf die Deposit-Fee achten, denn wenn ich die Tokens eingelegt habe, sind ja erstmal eben 4% weg von den Tokens. Den Rest bekomme ich wieder, wenn ich hier rausgehe. Aber es kann unter Umständen eine ganze Weile dauern, bis ich die Deposit-Fee wieder drin habe. Das heißt also, wenn ich allzu häufig zwischen diesen Pools wechsle, dann werde ich wahrscheinlich Minus machen und wenn ich also immer im selben Pool bleibe, dann wird sich das wahrscheinlich lohnen, außer der Pool selber bringt keine Rewards. Zweite Möglichkeit, wenn ich etwas mehr Aufwand treiben möchte, dafür aber etwas höhere Rewards haben möchte, dann gehe ich über die LP-Tokens, über die Farms hier und das ist ein mehrschrittiger Prozess. Das heißt, ich brauche immer eine Kombination aus zwei Tokens. Welche Tokens das sind, die sehe ich dann hier unter Stake. Zum Beispiel habe ich hier das Tokenpaar DAI-BUSD und das bedeutet, ich brauche einen Teil DAI und einen Teil BUSD, den ich hier einlege, aber nicht direkt. Ich kann die nicht hier direkt einlegen, sondern ich muss zunächst mir LP-Tokens besorgen. Das sind also Liquidity-Provider-Tokens. Die bekomme ich, wenn ich hier links unter Trade, Liquidity, Liquidität in diesen Decentralized Exchange einzahle und das geht dann hier über den Knopf Add Liquidity und hier suche ich dann eben das Tokenpaar aus, zum Beispiel BUSD und DAI. DAI suche ich hier in der Liste mit der Suchfunktion und ich muss denselben Wert in US-Dollar hier einlegen. Das bedeutet, ich brauche BUSD. Sagen wir mal, wenn ich 1000 Dollar einlege, dann müsste ich hier 500 Dollar BUSD und 500 Dollar DAI einlegen. Dann klicke ich hier auf Supply und bekomme dafür LP-Tokens und mit den LP-Tokens gehe ich dann zu den Farms und kann die hier staken. Um herauszufinden, ob sich das Ganze wirklich lohnt, habe ich hier mal einige, wie ich finde, hilfreiche Formeln zusammengestellt und bin jetzt hier der Einfachheit halber davon ausgegangen, dass wir 28.800 X pro Tag haben. Als Emissionsrate habe ich das genannt. Also das heißt, es kommen 28.800 X pro Tag raus. Ich habe dabei mal der Einfachheit halber ignoriert, dass wir 2.600 um den Dreh X pro Tag an die Entwickler abgeben. Ist jetzt nur, damit die Formeln etwas einfacher aussehen und es wäre natürlich eigentlich schlau, das tatsächlich, wenn man konkret rechnet, auch mit einzuplanen. Das nur als Hinweis. Also wir haben 28.800 Blöcke pro Tag. Das ist auf der Binance Smart Chain so und ein Eck pro Block ergibt 28.800 X pro Tag. Weil jetzt nur ein Eck pro Block rauskommt und das ist jetzt schon mal ganz wichtig, bekommt jeder Pool einen Anteil von diesem Eck. Das heißt, der Multiplier, dieses 10X, 2X, 6X und so weiter, bedeutet nicht, dass der Block 10 Eier bekommt oder 6 Eier oder 2 Eier, sondern das heißt, er bekommt einen Anteil an dem einen Eck pro Block, der entsprechend dem Multiplier höher ist als bei einem anderen Pool, der nur einen Multiplier von einmal hat. Also ganz einfach. Es kommt ein Eck pro Block raus und ein Pool bekommt, wenn er einen Multiplier von 2X hat, zweimal mehr von diesem Eck ab als ein anderer Pool, der 1X hat. Das bedeutet, um herauszufinden, wie viele Ecks pro Block ein Pool bekommt, müssen wir alle Multiplier von allen Blocks addieren, von allen Pools. Dafür schauen wir noch mal in die Dokumentation rein, denn hier gibt es einen Abschnitt unter Security und hier sind alle Smart Contracts, die mit diesen Pools zu tun haben, aufgeführt und der Smart Contract, der hier für die Rewards zuständig ist, das ist der Masterchef. Masterchef, der kommt von SushiSwap und das ist der Contract bei SushiSwap, der die Rewards verteilt und hier wurde einfach der Code übernommen und ein wenig angepasst an die Mechanismen, die jetzt bei GooseDeFi anders sind als damals bei SushiSwap. Und diesen Smart Contract, den kann ich hier auf der Binance Smart Chain aufrufen beziehungsweise auf BSC Scan, da kann ich mir den anschauen. Hier unter Contract finde ich quasi diesen, den Smart Contract, den Source Code. Den muss ich aber nicht lesen. Ich kann einfach die entsprechenden Funktionen in diesem Smart Contract aufrufen. Unter Read Contract, da finde ich entsprechend einen Eintrag, der heißt Total Alloc Point. Und das ist quasi die Anzahl an Multipliern insgesamt, wobei die mal 100 gerechnet ist. Und ich kann jetzt pro Pool mir den Multiplier aufrufen, also das findet sich hier unter Total Alloc Point, 13.000, das ist aber mal 100 gerechnet, ergibt also 130. Und es gibt insgesamt 24 Pools, das ist Pool Length. Und die Pools sind durchnummeriert von 0 bis 23, das sind also 24 Pools. Und ich kann mir hier eine Pool Info aufrufen, der erste Pool hat die Nummer 0, trage ich hier ein, gehe auf Query, dann bekomme ich hier den Alloc Point, die Alloc Points dieses jeweiligen Pools. Und was hier zum Beispiel 4.000 ist, das Ganze ist eben auch mal 100, das heißt, das hier ist ein Pool, der hat einen 40-fachen Multiplier. Und wenn ich jetzt hier auf den nächsten Pool gehe, den Pool Nummer 1, dann habe ich einen 24-fachen Multiplier und dann geht das immer so weiter. Und die kann ich alle einzeln aufrufen, was ziemlich viel Arbeit ist, muss ich aber auch gar nicht machen, weil mir ja auf der Homepage der Multiplier angezeigt wird. Und die Gesamtzahl, die finde ich hier, das sind also 13.000, das heißt insgesamt 130 ist diese Zahl. Und diese Zahl 130, die gehört in den Nenner der Formel. Die Formel rufe ich jetzt nochmal schnell auf. Also die 130 gehört hier in den Nenner und der Multiplier des Pools, der gehört in den Zähler. Und heraus kommt dann, wenn ich das so rechne, ein Eck pro Block mal Multiplier durch Summe aller Multiplier, also 130, ergibt dann eben, wie viel Eck pro Block der einzelne Pool bekommt. Und von da aus ausgehend kann ich dann meine eigenen Rewards berechnen, die ich bekomme, wenn ich in den Pool einlege, weil ich bekomme ja nicht alle Ecks, die der Pool bekommt, sondern ich bekomme nur einen Anteil. Und das heißt, ich muss das Ganze nochmal multiplizieren, quasi mit meinem Anteil an dem Pool. Das heißt also, wenn ich 1000 Tokens hier einlege oder wenn meine Einlage 1000 Tokens beträgt und der Pool hat insgesamt zum Beispiel 10.000 Tokens drin, dann ergibt das eben 1 zu 10. Das heißt, ich bekomme ein Zehntel von dieser Zahl ab. Das ergibt dann quasi die Anzahl von Ecks, die ich pro Block bekomme. Und das kann ich natürlich dann mal 28.800 multiplizieren. Dann weiß ich, wie viele Eck Tokens ich pro Tag erwarten kann. Und dafür habe ich jetzt mal eine Beispielrechnung gemacht. Und zwar habe ich den BNB BUSD, LP Pool genommen. Der hat einen Multiplier von 5 und die Einlage, die ich jetzt mal mache, ist 1000 US-Dollar und der Pool hat insgesamt 11.892.688 US-Dollar Einlagen. Das heißt also, mein Teil ist quasi 1000 von 11 Millionen und so weiter. Und die Deposit-Fee beträgt 4%. Das heißt also, ich bekomme folgende Rechnung mit diesen Formeln. Ein Eck mal 5 durch 130 ergibt 0,038 Eck pro Block, die dieser Pool bekommt. Insgesamt. Nicht ich, sondern dieser Pool. Bekommt also 0,038 Ecks pro Block. Und das heißt dann, dass ich pro Block 0,0000032 Eck bekomme, weil ich habe 1000 Dollar eingelegt. Insgesamt sind 11.892.000 und so weiter in dem Pool drin. Das heißt also, mein Anteil beträgt 0,0000032 Eck pro Block. Und das heißt dann, dass ich pro Tag 0,09216 Eck bekomme, denn ich habe das Ganze jetzt mal 28.800 multipliziert, weil es sind ja eben 28.800 Blöcke. Und das ergibt dann eben knapp ein Zehntel Eck pro Tag. Und bei einem US-Dollar-Kurs von 40 pro Eck, also 40 US-Dollar pro Eck-Token, ergibt das dann eben 3,68 Dollar pro Tag, die ich an Rewards aus diesem Pool herausbekomme, wenn ungefähr 12 Millionen US-Dollar in dem Pool drin liegen und ich 1000 Dollar einlege und dem Multiplier eben 5 beträgt. Und so kann ich für jeden einzelnen Block im Grunde ausrechnen, wie viele Eck-Tokens ich pro Tag bekomme. Das ist aber nicht ganz richtig, weil ich habe ja 1000, ich habe zwar 1000 US-Dollar investiert, aber es kommen ja in dem Pool nur 960 US-Dollar an durch die Deposit-Fee. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie lange brauche ich eigentlich für einen Return on Invest? Und das ist ja dann eben auch relativ einfach auszurechnen. Ich rechne erst mal aus, wie viele Dollar ich pro Tag bekomme. Das heißt, ich habe irgendwie 0,038 Eck mal meinen Pool-Anteil. Das ist das, was der Pool pro Tag an Eck-Token insgesamt bekommt, mal meinen Anteil. Er gibt dann eben diese Zahl hier in der zweiten Zeile mit den 5 Nullen davor, also 0,000000306 und so weiter Eck pro Block, die ich bekomme. Das sind 0,088 Eck pro Tag, also etwas weniger als in dem Beispiel vorher, weil in dem Beispiel vorher habe ich die Deposit-Fee nicht mit eingeplant. So, und die 0,088 Eck pro Tag ergeben dann bei einem Kurs von 40 US-Dollar pro Eck-Token 3,53 Dollar pro Tag. Und das bedeutet, dass wenn ich 40 US-Dollar Deposit-Fee gezahlt habe und ich 3,58 Dollar pro Tag an Reward bekomme, dann brauche ich 11,33 Tage, bis ich allein die Deposit-Fee raus habe. Und das ist natürlich super wichtig beim Investieren, dass ich einfach weiß, wenn da was abgezogen wird, wie lange ich brauche, bis ich das wieder reingeholt habe. Und auf der anderen Seite auch interessant, was passiert denn, wenn ich jetzt das ganze Jahr über in diesem Pool drin bleibe, dann bekomme ich quasi die 3,53 Dollar pro Tag mal 365 Tage und das ergibt dann eben 1,288,45 US-Dollar, die ich pro Jahr bekomme, wenn ich 1000 Dollar einlege und der Pool 12 Millionen US-Dollar insgesamt hat. Aber nur unter der Voraussetzung, dass erstens die Emissionsrate gleich bleibt. Zweitens der Kurs immer 40 US-Dollar ist, denn wenn der Kurs sinkt, wird natürlich mein Reward runtergehen. Wenn der Kurs steigt, wird mein Reward hochgehen. Und die dritte Voraussetzung ist die Poolgröße. Der Pool muss das ganze Jahr über immer bei 12 Millionen US-Dollar liegen. Das heißt, wenn der Pool größer wird, sinkt mein Reward. Wenn der Pool kleiner wird, steigt mein Reward. Das heißt also, diese Zahl, was ich jetzt auf ein Jahr erwarten kann, die kann man nicht genau ausrechnen, denn dazu gehört eben auch, dass man für die Zukunft vorhersagt, wie sich diese drei Faktoren ändert. Aber meine Rewards hängen ab von den drei Faktoren Emissionsrate, Poolgröße und Kurs vom Egg-Token. Und das in diesem Beispiel ergibt das eine APR, das heißt also pro Jahr, wie viel Prozent ich an bekomme von meiner Einlage und das sind 228,8%. Warum 200 und nicht 100? Also warum nicht 128%? Weil ich habe ja meine 960 US-Dollar immer noch. Das heißt also, wenn ich nach einem Jahr aus dem Pool rausgehe, dann habe ich diese Rewards hier kassiert, die 1288 US-Dollar plus meine 960 und wenn ich das dann als Prozentzahl ausdrücke, dann habe ich 228, also das heißt, ich habe meinen, ich habe quasi meine, meine Einlage, ich bekomme die dreifache Zahl meiner Einlage raus. Aber mein Gewinn beträgt natürlich 128%, wie auch immer. Also es sind, das ist der Rechenweg, wie ich rausbekomme, wenn ich, wie ich rausbekomme, was ich an Rewards habe, wenn ich jeden Tag meine Rewards abhole und die dann behalte. und natürlich immer unter der genannten Voraussetzung, dass die drei wichtigen Faktoren, die hier eine Rolle spielen, immer gleich bleiben. So, aber jetzt das nächste Rechenbeispiel. Was habe ich zu erwarten, wenn ich jetzt nicht die Rewards raus, nur rausnehme, sondern wenn ich die auch wieder einzahle? Und das sieht dann so aus und hier ist eine Vereinfachung am Werk, das erzähle ich gleich. Ich habe immer noch die Deposit-Fee, das heißt, meine Pool-Einlage liegt bei 960 US-Dollar. Das heißt, ich habe 3,53 Dollar am ersten Tag, das sind also 0,37 Prozent Zinsen. Und wenn ich jetzt meine Rewards nicht behalte, sondern wenn ich die wieder in den Pool einlege, dann greift, dann greift ihr eine Zinseszinsrechnung und ich habe jetzt hier einfach nochmal die Zinseszinsformel aufgeschrieben und das ist also im Grunde mein Kapital, das ist meine Einlage, die 960 US-Dollar mal 1 plus die Prozente, die Zinsprozente durch 100 und dann hoch N. So, und was ist hoch N? Hoch N ist die Anzahl der Zinsperioden, das heißt also, das ist, wie oft Zinsen berechnet werden, wie oft Zinsen anfallen und in unserem Fall, in unserem Beispiel wäre das so, dass ich jeden Tag meine Rewards abhole und dann wieder in den Pool einlege, das heißt also, ich hätte pro Jahr 365 Zinsperioden, weil ich ja 365 mal meine Einlage abhole, beziehungsweise meine Rewards abhole und dann wieder einlege, 365, das heißt also, die Formel, die ich berechnen muss, ist 960 mal 1 plus 0,37 durch 100, das natürlich dann zuerst ausrechnen wegen, klar, Punktrechnung vor Strichrechnung und dann also 1 plus 0,37 durch 100 und das dann hoch 365, weil ich habe 365 Tage im Jahr, vorausgesetzt, ich würde es schaffen, wirklich jeden Tag das abzuholen und ja klar, die drei Faktoren, die ich gerade genannt habe, müssen immer gleich bleiben. so und das ergibt dann eben 960 mal 3,85 diese Zahl hier ist 3,85 und das ergibt dann eben 3.696 US-Dollar pro Jahr, wenn ich es schaffe, jeden Tag meine Zinsen abzuholen und wieder einzulegen, erstens, zweitens, wenn die drei Faktoren, Emissionsrate, Poolgröße, und Kurs gleich bleiben über ein Jahr lang, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber in der Theorie hätte ich dann also insgesamt 3.696 US-Dollar und das ist ein bisschen vereinfacht, denn wenn ich jeden Tag neu einlege, dann muss ich auch jeden Tag auf meine neue Einlage eine Deposit-Fee von 4% erbringen, das heißt also, der Reward wird etwas darunter liegen und jetzt ist natürlich jedem selbst überlassen zu überlegen, ja, lohnt sich das oder nicht, denn es ist ja wirklich auch ein bisschen Glaskugel dabei, weil man muss jetzt überlegen, bleibt der Kurs wirklich gleich, wird der steigen, wird der sinken, die Poolgrößen sind die tendenziell, werden die größer oder kleiner und um diese ganze Sache zu noch zu erschweren, gibt es eben jetzt noch ein neues Element in dem Ganzen und das ist das Layered Farming und beim Layered Farming geht es jetzt darum, dass jede Woche dieses Prinzip mit den Pools und den Tokens, der Emissionsrate von den Tokens und so weiter nochmal als Kopie neu auf den Markt kommt und man kann jedes Mal, wenn das also oft neu auf den Markt kommt, ein neues Layer, so heißt das, auf den Markt kommt, dann kann man im Grunde seine Tokens nehmen, zum Beispiel seine Egg Tokens und in das neue Layer übertragen und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los und das zeige ich jetzt auch nochmal konkret auf der Homepage. Hier auf der linken Seite gibt es unterhalb von Nests Layered Farming und bei Layered Farming zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zwei Layers bereits und jetzt gleich hier in einer Stunde und unter zwei Stunden fängt das neue Layer an und diese Layer die sind im Prinzip ich gehe mal in Layer 1 das hat vor zwei Wochen angefangen einen neuen Token der heißt GG1 und der GG1 ist der Reward Token dieses Layers also im Prinzip der Egg Token und auch hier gibt es ein GG1 Token pro Block neu es gibt hier auch diesen Burn Mechanismus und so weiter und im Grunde ist hier alles nochmal nochmal neu abgebildet kopiert und zwar gibt es hier eben auch die Pool die Farms also wo man im Prinzip die Tokens staken kann hier kann ich zum Beispiel BUSD Token staken und in dem Pool gibt es auch einen Multiplier von mal zwei und hier stake ich BUSD und ich bekomme dafür GG1 Tokens und GG1 Tokens sind ja der Reward Token dieses neuen Layers auch eine Deposit Fee von vier Prozent hier sind die ganzen Farms und es gibt einen Inkubator oder es gibt ein es gibt mehrere Inkubatoren und die Inkubatoren die haben den Sinn dass man seine Reward Tokens von dem vorherigen Layer umwandeln kann in die Reward Tokens des aktuellen Layers das heißt also hier in diesem Fall bei Layer 1 von Egg nach GG1 und wenn ich bei Layer 2 gucke dann ist das eben von GG1 nach GG2 und ich kann auch hier Egg Tokens reintun und die dann entsprechend umwandeln in GG2 also in die Tokens des aktuellen Layers und zwar durch Staking das heißt es gibt keine Möglichkeit hier zumindest nicht Egg Tokens in GG1 Tokens oder GG1 Tokens in GG2 direkt zu swappen sondern man kann hier die einlegen die alten Tokens einlegen und bekommt dafür neue und wie man sieht sind hier also teilweise relativ heftige Burnfees am Werk die aber auch sich dadurch rechtfertigen wollen dass der Multiplier sehr hoch ist und das ist eine Sache die muss man dann eben nochmal separat genau ausrechnen mein persönliches Gefühl ist dass diese Sache sich hier nicht lohnt weil man eben wenn jede Woche ein neues Layer rauskommt man muss ja jede Woche hier diese Burnfees bezahlen und wir haben ja eben ausgerechnet dass wir unter Umständen auch schon mal 10 11 Tage brauchen um überhaupt irgendwie unsere Burnfees wieder rein zu bekommen sodass also wenn jetzt jede Woche ein neues Layer kommt es eigentlich nicht aufgeht das hängt aber alles von den Einzelfaktoren ab und da ich ja jetzt die Formel geliefert habe kann das ja auch jeder für sich selber mal ausrechnen hier ist noch eine Sache die ist ganz interessant und zwar ist das das sogenannte Haus also wir haben hier im Prinzip die Startseite von dem jeweiligen Layer wir haben die die Incubators die dafür sorgen dass man die Alten gegen die Neuen tauschen kann durch Staking wir haben die Farms wo man im Prinzip die neuen Tokens jeweils hier ist es in dem Fall GG2 bekommt wenn man eine Einlage macht mit den entsprechenden Deposit Fees und dann gibt es hier das Haus und das Haus das liefert einem Cash und zwar richtiges Cash nämlich BUSD also das heißt US-Dollar Tokens wenn man hier seine neuen Tokens die man also bekommen hat staked und das heißt also das ganze Spiel ist so man muss möglichst schnell da rein man muss sehen dass man aus seinen alten Tokens schnell neue Tokens macht und dann möglichst viele in möglichst kurzer Zeit und diese dann hier staked damit man hier BUSD bekommt um dann Dollars rauszubekommen und dieser Reward Pool aus dem diese BUSD kommen der setzt sich zusammen aus den Tokens der die hier rauskommen beim Burnen das heißt beim Burnen wir hatten ja gesagt die Tokens die Egg Tokens wenn die geburnt werden die Deposit Fee dann werden die zum Teil genutzt um Egg Tokens zurückzukaufen und hier ist es genauso also hier würden dann GG2 Tokens von der Burn Fee gekauft und die fließen dann hier quasi in dieses werden dann wieder umgewandelt in BUSD und das sind dann die Rewards die man hier bekommt hier ist eine sehr hohe APR 2382 Prozent das ist also wirkt interessant aber man muss wirklich mal einrechnen über welche Schritte man eigentlich dahin kommt das heißt wir staken erstmal auf dem untersten Layer unsere Egg Tokens also wir unsere Tokens und bekommen Egg als Reward dann gehen wir damit in den Inkubator machen daraus GG1 GG2 je nachdem auf welchem Layer wir sind die müssen wir dann also hier staken und also das heißt der zweite Reward in dieser Kette den müssen wir hier staken und dann bekommen wir eben BUSD raus das heißt es wird immer weniger und weniger und auf dem Weg dahin haben wir immer mehr Burn Fee das ist also etwas was man wirklich mal ausrechnen muss bevor man hier auf so etwas reinfällt und sich denkt oh ja ich kriege jetzt hier BUSD Tokens und das heißt also richtige Dollar für GG2 Tokens und so weiter es ist zum Beispiel die Frage wie sinnvoll es eigentlich ist die GG2 Tokens zu verkaufen anstatt sie hier zu staken klar dann sind die weg aber auf der anderen Seite wie man hier sieht der aktuelle GG2 Preis liegt bei 8 Dollar und 83 Cent und der war wirklich als dieses Layer losging bei 300 Dollar also das heißt wenn ich also meine GG2 Tokens die ich am Anfang bekommen habe sofort verkauft hätte hätte ich wahrscheinlich viel mehr verdient als wenn ich das hier unten hier hinten also am Schluss von dieser ganzen Kette eingelegt hätte aber das sind alles Dinge die die es ist wichtig sowas auszurechnen bevor man das einfach macht auch jetzt wenn in zwei Stunden das neue Layer rauskommt das ganze System ist so komplex und so kompliziert das ist schwer vorherzusagen ob das klappt oder nicht und in der Regel wenn man sich mal anschaut dass eigentlich von allem was irgendwie da geburnt wird die Entwickler 25% abbekommen dann ist ziemlich sicher wer hier der wirkliche Gewinner ist das heißt aber nicht dass man nicht selber auch ein bisschen was verdienen kann man muss eben nur wirklich konkret rechnen ich hoffe dass ich mit diesem Video euch dabei geholfen habe und dass ihr jetzt selber ausrechnen könnt wie lohnenswert euer Investment in diese Plattform ist natürlich wäre es total schön wenn es jemand schaffen würde zum Beispiel aus den Formeln eine Excel Tabelle zu machen oder noch besser eine kleine Webseite auf der man das nachschauen kann zum Beispiel welcher Pool sich bei welcher Einlage am meisten rechnet oder wie das Return of Invest ist wenn das jemandem gelingt ich würde mich freuen das zu sehen bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Staken tun zu zu tun